Der freie Fernsehsender FS1 und TripleTV präsentieren demnächst auf euren Internet-Tabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg Das erste Okidok-Medien-Festival von Klaus Glatzer Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt Meine lieben Zuseher, jetzt besichtigen wir mal gemeinsam dieses Festival Wie ihr seht, hatten nicht nur die Kinder dort einen Riesenspaß, wie zum Beispiel bei dieser Hüpfburg Denn auch für die Erwachsenen war ein großes Angebot an vielen sehr interessanten und lehrreichen Messeständen zu finden Und einen Messestand werde ich für euch jetzt mit einem sehr interessanten Interview näher bringen Also, kommt alle mit! So liebe Leute, jetzt ist der Tag zu Ende von diesem wunderbaren Medien-Festival Leider habe ich mich sehr zerreißen müssen, ich war von KryptoTV heute leider alleine da, weil ja mein Partner ist leider ausgefallen Tut ihm leid Darum habe ich nicht so viele Stände euch näher bringen können in dem Interview Aber einen Stand, den habe ich mir ganz besonders aufgehalten Da habe ich euch wirklich gebeten, dass es wirklich am Schluss war, finde ich sehr dankbar Gerne Wer seid ihr denn? Ich bin der Thomas Ich bin die Doris, hallo Hallo, ich bin der Roman Ich habe gesehen, es bringt den Menschen wieder eine uralte Pflanze näher Die ja schon seit ewigen Jahrtausenden ein wichtiges Kulturgut für uns war Und wir hätten es sicher nicht so weit gebracht, denke ich immer, wenn es diese Pflanze nicht gegeben hat Was ist eure Intention, hier Produkte aus was anzubieten? Aus Hand, alles aus Hand Aus Hand Bis auf das Papier, wo sie eingebaut sind, dann die Sachen Aber ansonsten ist es überall Hanfteil Und warum seid ihr auf diese Intention gekommen? Ist es eine Berufung oder seid ihr da eingecoacht? Ja, es ist auf alle Fälle eine Berufung Also wir haben den Förderungsverein für Hanf und alternative Lebensweise gegründet Den gibt es jetzt seit März Wir sind eigentlich noch Frischlinge in dem Bereich Und wie du schon richtig gesagt hast, wir wollen einfach den Hanf den Leuten wieder näher bringen Er war immer da, er ist eine Pflanze, die auf unserer wunderschönen Erde wächst Und er gehört einfach wieder ans Bewusstsein gerufen Du kannst alles machen damit, du kannst die ernähren davon Du kannst die anziehen damit, du kannst Häuser bauen damit, du kannst Plastik machen damit, du kannst den Boden wieder reparieren Was kann man nicht damit machen? Das ist eine gute Frage, über das haben wir noch weiter nachgedacht Gibt es irgendwas? Fällt dann da was ein? Fällt nichts ein Gibt es keine Treibstoffe daraus machen? Du kannst im medizinischen Bereich, in die Heilung gehen damit, jetzt voll mit dem CPD Das ist eine echt gute Frage, danke Was habt ihr für Produkte? Also was macht man aus Hanf? Was bittet ihr an, was man für seinen Hausgebrauch sich zugute tun führen kann? Du, ich? Mach du In erster Linie, wir haben da, wie man sieht, einen kleinen Herd stehen Man kann damit kochen Wir haben Hanfnogen da gehabt, es ist eine Dinkel-Hampf-Mischung Die haben wir verkosten lassen Dazu gibt es ein super geiles Hanföl Auch aus den Hanfsamen gepresst Da drüber haben wir dann noch ein bisschen Chilisauce Mit Hanf natürlich War ehrsinnig lecker, war ein absoluter Reißer Das hat an jedem geschmeckt Auch die, die gesagt haben, nein gib mir nur ein wenig Und ich bin halt einer, der gerne mehr drauf schmeckt Und das ist alles gegessen worden, alle waren begeistert Alain Essen Und du hast mit den drei Sachen, Nudeln Ein bisschen Hanföl und ein bisschen Chilisauce mit Hanf drin Ein vollwertiges Essen Das ist alles drin, was du brauchst Das Hanföl, kann man das erhitzen oder ist das wie ein Salat? Es ist besser, wenn es nicht erhitzt Aber das ist generell bei Naturprodukten Man sollte einfach die Sachen nicht wirklich heiß machen Man sollte es, ja, ausserschütten Drüberladen über die Nudeln Und genießen Vom Geschmack her ist das Hanföl zum Beispiel Es geht schon fast Richtung Kernöl Aber es ist viel dezenter Also ein Steirer wird sicher nicht nah sein dann sozusagen Ja, könnte ich auf alle Fälle unbedingt Unbedingt, unbedingt probieren Wenn wir da kurz drüber gehen Dann haben wir Teesling Das sind Kräutertee-Mischungen mit Hanfblättern Reine Hanftee-Mischungen Wir haben ein Bier da Das mit Hanfblüten verfeinert worden ist Das war ein absoluter Reißer Ich glaube, wir haben am allermeisten Bier her abgegeben Da, für alle Also, man kann sogar einen Schwips davon kriegen Absolut, absolut Aber nur vom Alkohol in dem Fall Kurze Frage Ich brauche fünf Hanfbier, habt ihr noch welche? Boah, da müssen wir echt schauen Wir schauen gleich Die kannst du ja gerne nehmen Du weißt, wir nehmen freiwillige Spenden Nimm da gerne Dankeschön, danke dir Also freiwillige Spenden, ist das kein Fixpreis? Nein, nein Wir kaufen zwar die Waren selbst ein Wir haben ja ein kleines Stadtkapital auf Seiten gekriegt Mit dem kaufen wir ein Beziehungsweise unterstützt uns Der Stefan, das ist ein guter Freund von uns Unterstützt uns da sehr mit seinen Waren Und wir gehen halt raus und sagen Leute, gebt was ihr wollt Wir wollen jeden die Möglichkeit geben, dass er Hanfprodukte probieren kann Ja, darum nehmen wir freiwillige Spenden oder gar nichts Wenn einer nichts geben kann, dann kann er sich gerne was mitnehmen Und trotzdem probieren Es geht einfach wirklich um die Verbreitung Um das Wiederaktivieren Vom Wissen über den Hanf Wir haben vor 80, 100 Jahren alles Mögliche aus Hanf gemacht Levi's hat lange Zeit Jeans aus Hanf produziert Hat damit Werbung gemacht Die haben die Jeans zwischen zwei Pferden gespannt Und haben versucht mit den Pferden die Jeans zu zerreißen Das war ein Ding der Unmöglichkeit Ein Hanfjean im Schnitt halt 30 Jahre Was in der heutigen Zeit natürlich in der Wegwerfung Konsumgesellschaft Ja, eher noch verpönt ist Aber da wollen wir wieder hin Ich hab gerne meine Hosen lang Aber ich gewähle mich an solche Sachen Es wird doch ein Vergebung herzt hier Es wird nachhaltig sein Ja, absolut Genau Und wir wollen auch Wir gehen auch mit dem natürlich auch einen neuen Weg Also wir sind da im Vertrauen Damit uns die Leute Oder die Menschen einfach den Wert erkennen Wir lassen auch die Preise dran Wo es das normale Geschäft zum Kaufen hat Und sagen eben dazu Das zahlen wir auch Alles was drüber geht Geht an den Verein Dass wir das weitermachen können Alles was drunter ist Ist völlig in Ordnung Wir sind im Vertrauen Damit der andere das wieder ausgleicht Und was funktioniert bis jetzt Das ist voll aufregend Voll schön Damit es funktioniert Was mich vielleicht noch interessiert Da kennt ihr euch sicher aus Weil ihr sagt ihr seid sicher In- und auswendig durchstudiert Warum ist der Hanf so in den Misskritik gerückt? Da gibt es mehrere Faktoren Zum großen Teil aber wirtschaftliche Faktoren Eben wir sind in Richtung Oder wir sind in einer Wegwerfgesellschaft Wo die Dinge zwei, drei Jahre halten Und für jeden ist es normal Dass ich eine Hose noch zwei, drei Jahre wegschmeißen Weil es einfach angefetzt ist Ja nicht mehr das Und der Hanf wird einfach Hanf sofort mal zu kifft Man ist Weiß ich nicht Was ich immerhin mit Verbindung gebracht Mit Kiffen und Einstiegsdroge Aber die Pflanze bietet viel, viel mehr Als was jetzt eigentlich noch Bei dem Großteil der Menschen im Bewusstsein ist Und da wollte man halt rütteln dran Dass man Nudeln essen kann Und davon nicht zu isst Sondern dass der Hanf auch noch ganz andere Sachen mit sich bringt Der nächste Aspekt Also im Gegensatz zum THC jetzt Das ZPD, das jetzt auch groß in den Medien ist Einer der vielen, 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 vielen Wirkstoffe Die im Hanf drin sind Als Schmerzmittel zum Beispiel In Krebstherapien wird es eingesetzt Wir kennen irrsinnig viele Menschen Die die Produkte einnehmen Die CBD Produkte Und denen es wirklich besser geht Die jahrelang an der normalen, herkömmlichen Medizin Genkt sind und Tabletten eingeworfen haben Und gesehen haben Es funktioniert nicht Und die nehmen man fünf Tropfen vom CBD Und denen geht es gut Und das ist schön, wenn du das siehst Boah, da geht das Herz auf Also zum einen Es deckt eigentlich sämtliche Güter ab Es würde die Medizin revolutionieren Hausbau, Transport, alles Die Künstler wissen sowieso schon lang Dass es auch eine sehr kreative Pflanze ist Von Alkohol einmal abgesehen Du kannst nur trinken Da kannst sicher keine Autokarosserie auch draus bauen Nein, funktioniert nicht Das geht mit Hanf Es gibt so in der Form keine Anzeige Pflanzen Die das alles mit sich bringt Das ist der Hanf Unser Göttin eigentlich Also mir schwant da Das würde eigentlich unsere Welt retten Wenn man mal schaut Umweltverschmutzung, Hochhaltigkeit Oder spinniger Es ist in Italien soweit wir Du bist schon richtig Ja, du bist schon richtig Und das sehen wir auch so Und deswegen wollen wir das einfach wieder ins Bewusstsein rücken In Italien ist jetzt ein Gesetz erlassen worden meines Wissens nach Das Hanf in Gebieten mit schlechten Boden gepflanzt werden soll Weil oder muss eben Weil der Hanf den Boden wieder aufarbeitet und aufwertet In Russland wird, wo Tschernobyl, wo verstreut ist, wird Hanf gepflanzt, weil er die Radioaktivität aus dem Boden nimmt Eine geniale Pflanze Absolut Habt ihr jetzt noch vielleicht irgendein abschließendes Wort? Ein abschließendes Wort? Ja, Leute, bitte hört auf zu glauben Der Hanf macht nur zu, der Hanf macht Leben Hanf ist Leben Informiert euch ein bisschen Ich möchte mich auch bedanken, dass ihr gekommen seid zu dem Medienfestival Es habt da wirklich viel mitbelebt Und ich hoffe, ich seh uns bald wieder Und vor allem auch die Zuschauer Ich hoffe, ihr habt Interesse erlaubt Die Welt ein bisschen besser mitzugestalten Wie gesagt, es ist nicht alles immer nur mit Rausch betont Es hat auch seinen Nutzen Und ich werd mir jetzt noch ein bisschen weiter umschauen Ihr zwei, ihr habt euch jetzt einen Feierabend verdient Ja, jetzt werdet ihr es wahrscheinlich abbauen Für das Wochenende haben wir genug Das war irrsinnig schön entspannend Super Leute da Lehrreich, ja, super Leute da Gerne wieder Wunderschöne drei Tage haben wir erlebt, gell? Toll Super toll Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal Schaut wieder vorbei bei KryptoTV Im Oki Talk Und auch bei allen anderen alternativen Medien Namaste 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 Thank you See you guys 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 Do See you guys See you guys Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020